Und jetzt? Hallo, ich bin Thomas Wichert von Eltern für Kinder im Revier. Das ist ein Verein aus dem Ruhrgebiet. Es geht um Trennung, Scheidung und natürlich darum, dass Kinder das Recht haben, bei beiden Eltern möglichst gleichwertig zu sein. Und in diesem Verfahren, was hier heute verhandelt wird, geht es darum, dass eine Anwältin, gerade hier in München, hervorragend Reklame macht dafür, wie Mütter vorgehen sollen, damit Väter ihnen dem Leben ihrer Kinder nichts mehr zu suchen haben. Das ist auch der Grund, weshalb ich heute hier bin, um mit Flagge zu zeigen dafür, dass es Kindern hoffentlich irgendwann in der Beziehung auch besser wird.